Anbei die Ziehung des Gewinns spielt aus meinem letzten Video. Ich verwende dafür den Comment Picker. Ich filter doppelte Kommentare raus, damit niemand eine doppelte Chance hat, nur weil er zwei Kommentare abgegeben hat. Wir sehen hier, es gibt insgesamt 23 Kommentare, die teilnehmen. Und ich drücke mal auf Start. Tun 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 tun. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das CBD-Öl gewonnen. Melde dich bitte per Mail bei mir mit einer Anschrift, damit das CBD-Öl zu dir nach Hause kam. Und jetzt zum Video. Die Kinder haben ja so gut mitgemacht, hört man von den Befürwortern der Maßnahmen ständig. Sei es bei Masken, sei es bei Tests in der Schule oder in den Kitas. Dass sie aber unter diesen drakonischen Maßnahmen auch massiv gelitten haben, zeigen offizielle Erhebungen und Studien. So hat beispielsweise die drittgrößte Krankenkasse Deutschlands, die DAK, in ihrem aktuellen Kinder- und Jugendreport 2022 Abrechnungs- und Krankenhausdaten zwischen den Jahren 2019 und 2021 ausgewertet und veröffentlichte Ergebnisse, die selbst die härtesten Maßnahmen befürwortet hat, nicht kalt lassen dürften. Fangen wir mal bei den Jugendlichen an. Aufgrund eines multiplen Suchtmittelgebrauch wurden 39% mehr Jugendliche im Jahr 2021 behandelt, als noch im Jahr 2020. Multipler Suchtmittelgebrauch bedeutet, dass man mehr als zwei Suchtmittel gleichzeitig nimmt. Also beispielsweise, es könnte Alkohol, Marihuana und zum Beispiel Kokain sein oder sowas. Also mindestens drei. Unter den 15- bis 17-Jährigen wurden 42% mehr Jugendliche aufgrund von emotionalen Störungen hospitalisiert, als noch im Jahr 2020. Dabei war ja schon das Jahr 2020 ein sogenanntes Pandemie-Jahr und bildet deshalb schon eine etwas verzerrte Referenz, da die Fälle von psychischen Störungen auch im Jahr 2020 bereits eine Zunahme erfahren haben. Okay, es geht noch weiter. Die Zahl der Hospitalisierungen aufgrund von Essstörungen stieg im Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 um ganze 40%. Mit Essstörungen ist nicht zu spaßen. Diese enden oft leider tödlich. Depressive Episoden stiegen beispielsweise um 28%. Neben diesen exorbitant hohen Steigerungen klingt die nächste Zahl schon fast witzig, denn die Zahl der Angststörungen stieg tatsächlich lediglich um 3%. Auch jüngere Kinder blieben von dieser Entwicklung leider nicht verschont. Unter den 10- bis 14-Jährigen zeichnete sich ein Anstieg der stationären Behandlungen aufgrund von depressiven Episoden um ganze 27%. Es gab 25% mehr Hospitalisierungen aufgrund von Angststörungen, 21% mehr Hospitalisierungen wegen Essstörungen und 11% mehr aufgrund einer emotionalen Störungen. Auch Grundschulkinder sind von dieser dramatischen Entwicklung ebenfalls nicht verschont geblieben. Im Jahr 2021 wurden 36% mehr Grundschulkinder aufgrund von Störungen sozialer Funktionen stationär behandelt. 11% mehr aufgrund von Entwicklungsstörungen. Bei diesen ganzen Steigerungen und Zahlen muss man eine Sache bedenken. Es ging jetzt ausschließlich um Hospitalisierungsdaten. Das heißt, die Beschwerden der Kinder waren so gravierend, dass diese Kinder in ein Krankenhaus eingewiesen wurden und stationär behandelt werden mussten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie hoch ist dann die Dunkelziffer? Wie viele Kinder haben an diesen Beschwerden gelitten, ohne dass sie sich selbst oder ihre Eltern sie ins Krankenhaus eingewiesen haben? Andreas Storm, der Vorstandschef der DRK, äußerte sich folgendermaßen dazu. Zitat Unser aktueller Kinder- und Jugendreport zeigt, wie sehr Jungen und Mädchen in der Pandemie leiden. Der starke Anstieg bei Depressionen oder Essstörungen ist ein stiller Hilfeschrei, der uns wachrütteln muss. Wir dürfen nicht länger zuschauen, sondern müssen dem Thema Kinder- und Jugendgesundheit endlich mehr Gewicht geben und handeln. Die Lage hat sich im vergangenen Jahr dramatisch verschärft. Doch noch hat die Politik darauf nicht entsprechend reagiert. Es geht um die gesundheitliche Zukunft einer ganzen Generation. Der Präsident des Bundesverbandes für Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, fügte folgenden Satz hinzu. Die Corona-Pandemie und ganz besonders die von der Politik verhängten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung haben Kindern in allen Altersstufen erheblichen gesundheitlichen Schaden zugefügt. Aber auch die Deutsche Adipositas-Gesellschaft schlägt derzeit ebenfalls Alarm und veröffentlichte die Ergebnisse einer repräsentativen Elternumfrage, die in Zusammenarbeit mit dem Else-Kröner-Frisenius-Zentrum, kurz EKFZ, für Ernährungsmedizin an der TU München durchgeführt wurde. In der Umfrage gaben die Eltern an, dass 44% der Kinder und Jugendliche sich deutlich weniger bewegen als noch vor der Pandemie. Bei Kindern zwischen 10 und 12 Jahren waren es sogar ganze 57%. Das ist mehr als die Hälfte. Bei 70% der Kindern hat sich die Mediennutzung gesteigert und 27% essen mehr Süßigkeiten. Das sind alles Faktoren, die die Gesundheit und die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen stark beeinflussen. Die Spätfolgen sind dabei kaum absehbar. Kritiker der Maßnahmen warnten bereits seit Anfang der Maßnahmen vor solchen dramatischen Folgen. Eine Nutzen-Risiko-Abwägung hat bisher jedoch noch nie ernsthaft stattgefunden. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal diese Grafik in Erinnerung rufen, die uns Todesfälle im Zusammenhang mit einem positiven PCR-Test nach Altersklassen zeigt. Man sieht ganz klar, dass die Zahlen bei Kindern und Jugendlichen sehr niedrig sind. Selbst bei diesen niedrigen Zahlen muss man noch mehrere Sachen bedenken, denn es sind nicht ausschließlich Todesfälle wegen Corona, sondern es sind Todesfälle, bei denen zufällig im zeitlichen Zusammenhang ein positiver PCR-Test vorlag. Der STIKO-Chef Thomas Mertens sagte letztes Jahr dazu, Zitat, Kein Kind unter 17 sei in Deutschland ausschließlich an Covid-19 gestorben. Ja, die Zahlen sind so niedrig, dass man sagen muss, dass normalerweise mehr Kinder und Jugendliche an einer, naja, den Vergleich darf man ja offiziell nicht ziehen, Klippe sterben als an oder mit Corona. Ich vergleiche das mit den Daten aus dem offiziellen RKI-Bericht von 2018. Innerhalb einer Saison sind sechs Kinder zwischen 0 und 4 Jahren an Influencer gestorben. Ja, bei Corona haben wir jetzt hier eine Angabe zwischen 0 und 9 Jahren und die Datenlage ist natürlich so katastrophal. Und es sind hier 48 Todesfälle registriert worden. Und berücksichtigt man die Tatsache, dass hier bei Corona die Altersgruppe mehr als doppelt so viele Altersjahre umfasst, also 0 bis 9 statt 0 bis 4. Berücksichtigt man die Tatsache, dass hier ein Zeitraum von insgesamt zweieinhalb Jahren erfasst wird, statt nur einer Wintersaison, wie es 2018 der Fall war. Und berücksichtigt man die Tatsache, dass hier alle Todesfälle mit einfließen, die im zeitlichen Zusammenhang mit einem positiven Test registriert wurden und in vielen Fällen gar nichts mit der Corona-Infektion an sich zu tun hatten. Ja, wir erinnern uns an das Zitat des STIKO-Chefs Mertens. Dann frage ich mich ernsthaft, wie konnte die Bundesregierung in den letzten Jahren noch vor der Pandemie so rücksichtslos gegenüber unseren Kindern sein und die Schulen und die Kindergärten in der Grippesaison offen lassen. Man hätte durch Schließungen und Lockdowns und Kontaktbeschränkungen schließlich eine Handvoll Kinder retten können. Und dadurch wäre auch nur jedes dritte Kind psychisch auffällig geworden. Und naja, die Kinder wären dann halt eben etwas unglücklicher. Aber ist doch egal. Hat dir dieses Mal auch niemanden interessiert? Ich hoffe, ich konnte mit diesem Vergleich die Absurdität einigermaßen gut rüberbringen. Und dabei ist ja noch gar nicht klar oder beziehungsweise stark umstritten, ob die Maßnahmen überhaupt so viel gebracht haben. In den USA hat man nämlich sehr gut beobachten können, wie die Zahlen in Staaten mit und in Staaten ohne Maßnahmen praktisch identisch waren. Einen interessanten Artikel dazu, so wie alle Quellen, findest du wie immer unten in der Infobox. Die Anregung für dieses Video bekam ich durch einen Blogbeitrag des Philosophen Gunnar Kaisers, den ich ebenfalls unten in der Infobox verlinke. Tja, die Kinder haben sehr gut mitgemacht und gelitten. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Und zwar, wie alle Frage, Squawii, zwei Stunden und bis bald. Und trotzdem, bleibt gesund und bis bald. Bis bald dasselbehörst inclusive,usal depressing. Und dann gibt es viele Dinge in Israel. Und dann kann ich practitioners, folG commanded sein. Und dann natürliche ich mich up comprisedam, Untertitelung des ZDF, 2020